Ah, ah, Horrorraum, Horrorraum. Stopp. Nein, nein, nicht so. Stopp. Stopp. Wir müssen oben raus. Okay. So. Also man kann nicht sagen, dass das Leben als Baba langweilig ist. Mit dem ganzen Ausweichen. So, mach Platz, mach Platz. Spucken mit Feuer an. Ich muss hier durch. Oh. So, komm mal her. Genau, hier gibt mir ein paar Lebenspunkte. Wenn auch nicht viele. Oh, und Goldsäcke. Ah. Boah, ist eine Kiste. Eine Kiste ist wert, den Feuer tot oder Schaden zu riskieren. Oh, so. Drachenhelm. Oh. Sehr schön. Hops. Hops. Drachenhelm. Hatte der einfach noch mehr HP und mehr Mana gemacht? Weiß ich jetzt so gar nicht. Und dafür, dass wir so häufig getroffen wurden von den ganzen Projektilen, haben wir noch beeindruckt und viele Lebenspunkte. Oh. Dober. Du. Au. Du was. Das ist auch ein sehr netter Raum. Der momentanen Dungeon steht echt noch aus netten Räumen. Und noch mehr Stapeln. Ja, klar. Du was? Nein. Schwing. So, 7400 Gold. Gold. Wir müssen anfangen, aber ich erwarte mir eigentlich noch wesentlich mehr. Warum werden Doomwasser eigentlich nicht zurückgeschubst? Also, ja, sie fliegen und können das wohl irgendwie ausgleichen, aber trotzdem. Äh. Das ist gemein. Okay, das auch, aber... Ich will da durch. So, jetzt kommt hier. Geben wir noch ein paar Lebenspunkte, dann ist gut. Komm schon. Na, er wird Feigling. Oh. Oh, sehr schön. Übergang. Und wart mal die, kann ich doch auch alle. Ah, du was. So. Oh. Das wird von einem Zombie verarscht. So, Mana kommt auch noch mit. Einmal durch die Hölle und zurück. Öh. Okay. Ich suche nur Räume, wo Kisten drin sind oder komische Clowns. Bitte, bitte Axt. Nein. Ich werde keine Deute schmeißen. Außer, das bringt bei jedem Treffer 10.000 Gold. Dann gerne. Schwung, schwung, schwung. Oh, 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 oh. Oh, oh, sehr schön für die Kisten. So. Oh, Anlage. Weg, weg, weg. Ähm, ja. Ein Kompass. Okay. Oh, stimmt doch. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Auch wenn ich mich ja eigentlich nicht gerne spoilern lasse. Aber auf das hätte ich echt selber kommen können. Ich sollte doch einfach mal gucken, wo genau die Kompassnadel hinzeigt und da hingehen. Das probiere ich jetzt einfach mal. So, 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 weg. Also nach oben. Wahrscheinlich außerhalb der Hölle. Oben rechts. Oh. Vielleicht doch noch in der Hölle. Machen wir jetzt mit jenischen Platz. So. Komm schon, stirb. Sehr gut. Oh. Oh, oh. Weiter oben rechts. Oh, 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 oh. Blau, Boris. In die vollkommen falsche Richtung. Aber egal. Weg. Oh. Ich hoffe, da bleibt ein Ding jetzt hier hängen. Oh, nee. Oh, nee. Tut er nicht. Was ist das für ein Raum? Ernsthaft? Was ist das für ein Raum? Das ist doch komisch. Ich will hier gar nicht langen. Ich will ganz woanders hin. Ich wollte nur den Magiern und Shinobis und Stacheln und Augen und noch mehr Shinobis und Magiern und Augen ausweichen. Genau. Und etwas glücklich hier jetzt das Ziel von dem Kompass finden. Nö, eine Sackgasse. Okay. Also der Kompass zeigt definitiv, weg von der Hölle. Dreimal schlagen, um Auge zu töten. Das ist doch albern. Oh, oh. Komm, raus. Warum haben die Stacheln nicht so... Komm, komm. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. So. Jetzt... Links rum. Hier einfach hoch. Oder auch nicht. Ich muss zuerst eine Seite freimachen. So. Du bist frei. Okay. Zeig mir jetzt, wo... wir hin sollen. Komm, was. Du, was, warum schubst du mich hier runter? Ich hasse dich. So. Weg, 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 weg. Ich glaube nicht, dass wir umdrehen sollten, aber die Kiste nehme ich trotzdem mit. Lebenspunkte sind langsam ein bisschen mau. Ich denke mal, wenn wir hier durch sind, ist es noch viel mau. Das sind viel zu viele Projektile. Mist. Da hatte ich mal die Chance, das zu finden, wo immer der hin zeigt und dann das. Aber na gut. Paladin, flexibel. Ja, sehr schön. 13.000. Gucken wir mal ganz was, was das Schwert braucht. Schwert. 30 mehr Gewicht. Aber auch 19 mehr Schaden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dragonsword. Wham. Und es ist schwarz und rot. Und du machst alles einfach mehr. Also nochmal mehr Gewicht. Und das Gold wird nicht reichen für den Helm. Nee. Was haben wir noch? Hier haben wir schon. Hier haben wir nichts. Oh. Aber doch. 2.400 Gold kriegen wir garantiert zusammen mit einem Paladin mit einem Drachenschwert. Und dann holen wir das andere Ding auch und dann passt das. Dann müssten wir langsam in der Phase sein, wo wir mit jedem Leben so 10.000, 20.000 reinbringen. Mindestens. Dann können wir all die schönen Sachen kaufen, die wir haben wollen. Ganz schön viele Brüschel-Wuschel. Nein, nein, die wollen wir nicht kaufen. Aber die sind hier. Oh. Das sind viel zu viele Schläge für komische Kälbe. kleine Viecher. So. Also. Ja. Da geht noch einiges, was die Handelskopf angeht. Oh. In die Ecke getrieben vom Magier und dann erlegt von Puschel-Wuschels. Nicht schön. Oh. Ja, nee. Komm. Das lassen wir. Dieser Paladin ist jetzt ein Barbar. Bringen noch, um was er umbringen kann. Und hier ist nichts für uns zu holen. Ja. Auch nicht, um den gleich zu erledigen Gegner. Doch, der da. Oh. Sehr schön. Schwung, schwung. Oh. Warte. Mit dem Paladin hier könnten wir auf den Alexander angehen. Boah. Boah. Könnte man. Hätten wir einen schnellen Geldboost. Damit die nächsten Leben schon einfacher werden. Gucken wir mal. Wir halten uns so ein wenig nach Osten. Oh. Oh. Ein wenig nach Osten. Alle Gegner besiegen. Die sind an der Stelle, wo ich nicht rankomme. Richtig? Richtig. Meh. Okay. Nach oben und nach Osten. Ja. Genau. Oh. Du bist kein Zwischenboss. Nein. Er will ja keine Truhe. Du bringst aber nur Gold. Okay. Wo kommen wir denn zum Wald? Ich bin eben davon ausgegangen, dass es unten hier lang gehen würde. Oder hier. Aber nicht. So. Oh. Karte. Okay. Ganz unten. Also knapp an der Hölle vorbei Richtung Wald. Okay. Schwing, 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 schwing. Schwing. Hey, bei. Mich kriegst du nicht. Dich brauchen wir gar nicht. Aber dich merken wir uns mal. Für später. Schon. So. Wald. Warum genau bin ich im Wald? Ach so. Genau. Alexander töten. Mann, 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 Mann. Ist ja fast so schlimm, als wie in ein Zimmer zu kommen und dann nicht mehr zu wissen, was man in ein Zimmer wollte. Oh. Und, und, und. Der kriegt ein doofer Schädel. Mich. Das kann nicht angehen. Komm. Weg, 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 weg. Wir wollen nur den Bossraum finden. Oh. Oh. Kaputt. So. Alles gut. Oh. Reach me in time. Tada. Bounty Rune für Schwert. Also mehr Gold. Oh. Können auch mal interessant sein. Und das Doppel-Dash hat sich gerade echt bezahlt gemacht. Obwohl, wach mal. Wer hat das Doppel-Dash rausgenommen? Warum konnten wir denn trotzdem so schnell dashen? Äh. Okay. Und? Hm. Ich hasse dich. Oh. 6.000 Gold. Die Lebenspunkte sehen langsam so maue aus, dass wir damit Alexander gar nicht angehen können. Selbst mit dem Hühnchen, dass wir vorher kriegen. Ja, nee. Ich denke nicht, dass es wird mit dem Alexander. Oh. Falscher Bereich. Ah, ja. Äh. Okay. Hey, sehr schön. Vampir-Rune für die Chest. Sehr, 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 sehr gut. Rutsch. Oh. Doofer. Doofer. Kleiner. Wuseligno mit dem Bogen. So. Ja. Rutsch. Was haben wir hier noch? Oh. Ein Pferd, das kopflos hin und her reitet. Komm, gib mir Kompass. Helios Blessing. Also eine normale Münze gab bisher 20 Goldmünzen. Gibt auch die alte noch. Das heißt, einfach nur die Chance, dass Gold droppt, ist... Wow. Höher. Und den gleich so einen Raum hinterher. Das ist aber nett. Und auch eine Hähnchenkeule. Aber trotzdem sind Lebenspläume dran. Immer noch nicht so tolle. Hier wäre der Boss. Oh. Und ich habe mir Hähnchen zugeschmissen. Ja, doch. Ich glaube, das Spiel wird mir sagen. Probier das einfach mal. Also, Alexander, stirb. Ich muss den mit dem Boss jetzt nur echt zurückhalten. Dass ich die nicht wieder alle so schnell hinterher weg mache. Und dann doch den Endboss angehe. Und dann wieder im New Game++ feststecke und nichts machen kann. Wir wollen mal schließlich grinden und so. Okay. Oh, das ist eine sehr gute Position gewesen. Oh. Das ist weniger. Nicht so schön. Komm, weg mit dir. Ja, ja, ja. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oh. Ja, wird auf jeden Fall was. Also, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Mit hohen Wahrscheinlichkeit. Au, 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 au. Mit abnehmender Wahrscheinlichkeit. Komm schon. Wir müssen ein paar von euch sterben. Ah, sehr schön. Das war ein wenig zu knapp. Also, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach, ist alles gut. Noch irgendwo Gold. So. 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 Zweimal Angriffskraft. Sehr schön. Also ja, Stärke nicht Angriffskraft. Aber, mh. Und jetzt halb tot irgendwo verenden. Und jetzt halb tot irgendwo verenden. So. So. Genau. Hier. Äh. 20.000 Gold. Und wo? Noch eine Kiste. 20.000 Gold. Das geht echt flott hier beim New Game Plus. Oh. So. Wo geht es jetzt noch weiter? Ich gehe mal in den Maya-Turm. Also zweimal links oder so. Oh, so eine schöne Ecke hier. Zum Sterben. Richtig. So. Du hast genug geschafft, Kyrie, die fünfte. Erschossen von deinem Projektil. Jetzt machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geben wir das ganze schöne Geld aus. Und hoffen dann wieder auf einen Paladin oder Baba, um noch mehr Gold zu machen. Also bis gleich.